Musik Es ist ganz wichtig, ein erster Schritt gewesen, dass Sicherheitstüren gefördert werden. Das ist gut so, aber uns ist es wichtig und wir wollen, dass Förderungen auch auf Alarmanlagen ausgedehnt werden, ebenso auf Balkon- und Terrassentüren. Sicherheit ist schlichtweg ein Grundbedürfnis von uns allen. Leider ist das auch etwas, was von der Wiener SPÖ hartnäckig ignoriert wird. Traditionsbetriebe wie hier bei der Firma Wotruba sind der Motor unserer Wirtschaft. Kleine, mittlere Unternehmen mit solider Handwerksqualität, aber Spezialisten, wo die Menschen extra herfahren aus dem gesamten Umkreis, die garantieren Arbeitsplätze und sie garantieren natürlich Lebensqualität. Bis zum nächsten Mal. Wir sind's, die den frischen Wind nach Wind bringen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass so viele gekommen sind. Danke Norbert, dass ich die Weinparty sein darf, ich bin total stolz drauf, vor allem bei dem Norbert Walter Wein. Darf ich durchpicken, Toni, um sozusagen die Weine zu segnen? Ein Wein sollte grundsätzlich nicht gewassert werden, aber Weiwasser macht ihm nichts aus.